Das schaust du sehr gut. Das ist wie der Gaudi. Wenn die Straman auch mal bei mir schaut, dann habe ich die Erde. Ich höre auf den ersten Jury, der hat eine Handfehlzeitung, das ist die Scheiße, und er sieht, dass er auszieht. Und der hat, der fühlt sich so hoch, der lässt sich ein paar Zentimeter spülen. Ich glaube, ich habe eine Leipzig-Maschüre. Der hat einmal gesprochen, die Straman noch mal geschlossen war. Der hat eine Leipzig-Maschüre. Das ist eine Leipzig-Maschüre. Der hat einen Leipzig-Masch XL. Der hat einen Leipzig-Masch Color-Masch XL. Rettung am Werkstatt im Gap. Der hat einen Leipzig-Masch famous-Masch. Der hat einen Leipzig-Maschleiter mit bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.